Und nun zu einem historischen Moment, der hat am BFI Niederösterreich stattgefunden. In der Josef Staudinger Bildungsakademie ging die österreichweit erste Ingenieurzertifizierung über die Bühne. Die erste österreichweite Ingenieurzertifizierung nach nationalem und europäischen Qualifikationsrahmen fand am BFI Niederösterreich statt. Der Konstrukteur Stefan Schaltl hat das Fachgespräch zur Zertifizierung als erster bravourös gemeistert. Seit dem neuen Ingenieurgesetz 2017 muss der Antrag auf Verleihung des Ingenieurtitels an einer anerkannten Zertifizierungsstelle wie dem BFI Niederösterreich eingereicht werden. Die Josef Staudinger Bildungsakademie in Wiener Neustadt ist die einzige vom Wirtschaftsministerium beauftragte Zertifizierungsstelle im südlichen Niederösterreich, wo der international anerkannte Ingenieurtitel erlangt werden kann. Alle Infos dazu gibt es auf der Homepage des BFI Niederösterreich. Die Josef Staudinger Bildungsakademie in Wiener Neustadt